t t t so du hast du es alleine gemacht Wenn ich jetzt noch da die Waffe nehmen würde, hätte ich nur goldene Waffen. Ach, das Ressort kommt ja noch hier. Das Ressort kommt ja noch. So, wir lassen hier nichts übrig. Das klingt so komisch, wenn es runterfällt. Die Wand ist zwar weg, aber wir nehmen in die Tür. Ja, ich habe die Wand kaputt gemacht. Da hinten klingt ein wenig komisch. Ich sehe da nichts blinken. Das sieht aus wie, doch keine Ahnung, was da so blinkt. Äh, da ist ein, wie sagt man, äh, dieses, diese Werkbank, beziehungsweise Aufrüstungs, das blinkt. Da oben wäre ich ja den Loot-Trupp. Eben das, was du ja meinst, das war das, was blinkt. Es leuchtet ja da immer so. Aber das ist ein wenig weit weg, kann man nicht noch. Weit, weit weg, in einem entfernten Land. Beschreck, bei weit, weit weg. Das blöde Symbol ist im Weg. Schön, dass er nicht voll daneben schießt. Er kommt auf Tisch. Ach, jetzt von der, von beiden Seiten, das ist natürlich doof. Ah, er hat kein Schild mehr. Slow. Und er trifft One-Shot. Ja, das finde ich auch wieder super. So, das war's ja. Ja, aber 51 gegeben hat er noch. Das ist halt auch wieder so ein komisches Zeug hier. Zurück zum Lobby. Ja, liebe Leute, das war's. Ja, jetzt hat er wieder eine neue Sitzung aufgemacht. Wunderbar. Bravo. Oh. Mein Fall. Probleme, die hat man. Wie gesagt, liebe Leute, danke fürs Einschauen, habt noch einen schönen Abend, macht's gut und bis ein andermal. Tschüß. Tschüüß. Was soll mir hier ein Screen? Da kommt aber kann ich nichts rein. Keine ein Screen. Vielen Dank.